Jo Freunde, willkommen zurück zum neuen Guide von Sons of the Forest. Diesmal finden wir den 3D Drucker und da können wir uns ziemlich coole Sachen drucken wie die Maske, aber vor allem auch die Drinkflasche, die relativ wichtig im Spiel ist. Und da zeige ich euch heute natürlich, wo ihr diesen Drucker findet und wie ihr dahin gelangt, wenn ihr vom Startpunkt aus ausgeht. Dazu gibt es eine kleine Map und natürlich die entsprechenden Fundorte. Ja Leute, und lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da, damit ihr euch hier den coolen Drucker reinziehen könnt und euch da schöne Sachen rausdrucken könnt. Wir schauen zuerst einmal auf die Karte und da geht es gleich los, dass wir uns erstmal anschauen, wo die Startpunkte sind und wo dieser 3D Drucker versteckt ist. Ja und da starten wir gleich mal durch. Die Maske haben wir hier jetzt schon gedruckt. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Schlitten, den wir drucken können und so weiter. Also gucken wir uns mal zunächst die Karte an. Die Kreise markieren quasi die Startpunkte aus dem Singleplayer. Bisher hatte ich drei verschiedene, das sind jetzt diese drei. Oben das Quadrat ist der Multiplayer Startpunkt und das X ist die Höhle, in der wir den 3D Drucker finden. Also relativ nah beieinander. Da kommen wir gleich vom Startpunkt aus relativ schnell hin, können uns dann dort die Trinkflasche drucken, was ziemlich wichtig ist für das Game später, damit wir halt immer was zu trinken dabei haben. Ja wir orientieren uns quasi an dem Berg und die Karte wird geteilt durch einen Fluss, der einmal komplett durchgeht durch den Berg durch und auf der anderen Seite wieder raus. Und ja daran könnt ihr euch orientieren, lauft also immer weiter den Fluss entlang in Richtung Küste und dort wo das X ist, ist dann eine Höhle, die ihr finden könnt, wo ihr reingehen könnt. Und dort gibt es dann auch den Drucker. Es sind auch gar keine Gegner in dieser Höhle drin. Ihr könnt also direkt dort reingehen und euch den Drucker schnappen, beziehungsweise die Patronen für den Drucker und dann daneben gleich den Drucker aktivieren, um entsprechend euch da schöne Sachen auszudrucken. Das Ganze wird mit einem Punkt hier markiert. GPS seht ihr das auch hier mit so einem grünen Punktchen auf der Karte. Ich zeige das hier nochmal ingame, damit ihr das seht, wo das ist. Wir sind also hier auch wieder bei diesem Fluss, der quer durch das ganze Spielfeld läuft. Da gehen wir halt einmal rüber, je nachdem welche Seite ihr seid und können dann hier zu diesem grünen Punkt auf der Karte gehen. Ja, und dort ist eine kleine Höhle. Da ist sie auch schon. Da schauen wir mal gerade. Hier ist noch so ein Affenmensch. Gucken uns hier mal an, wo die Höhle ist. Die ist hier nämlich so ein bisschen versteckt. Eigentlich genau auf dem grünen Punkt, aber manchmal sieht man das ja nicht so leicht, wo wirklich der Eingang ist. Deswegen zeige ich das hier nochmal ganz kurz, damit wir uns das eben anschauen können. Und ja, wir gehen hier zu diesem grünen Punkt. Also wie gesagt, immer an dem Fluss orientieren, der quer durch die Karte läuft. Das sieht man eigentlich ganz gut an diesem GPS-Gerät. Und dann gucken wir uns mal um. Hier ist so ein Stein nochmal als Orientierung. Und da unten ist dann so eine kleine Höhle. Wir haben so ein bisschen so einen Spalt im Berg. Da gehen wir jetzt gleich hin. Ist nicht so einfach zu finden, wie gesagt. Hier ist nochmal so ein Buggy. Der ist irgendwie ziemlich verwachsen. Noch mal als Hinweis. Und daneben ist dann so eine kleine Höhle. Ja, das ist relativ schwierig zu sehen. Es ist aber eine schöne, schöne Höhle auf jeden Fall, da wir dort den 3D-Drucker finden und uns so schon mal grundlegend ausstatten können. Gerade am Start ist das relativ wichtig. Gerade auch die Trinkflasche ist halt super, damit wir halt immer was zu trinken dabei haben. Die könnt ihr dann nämlich an jeder Wasserquelle wiederum auffüllen, um dann entsprechend euren Durst zu stellen. Ja, dann kommen wir hier in der Höhle an. Relativ simpel. Wir machen einmal das Licht an. Fackel, Feuerzeug, was auch immer ihr da habt. Macht das einmal an, damit ihr ein bisschen was seht. Ja, und in der Höhle, da finden wir dann auch gleich einen kleinen Weg, wo wir dann lang können. GPS funktioniert hier drinnen nicht. Deswegen gucke ich jetzt erstmal. Wir haben noch eine Taschenlampe. Die sieht ein bisschen besser aus. Kann man ein bisschen besser hier durchleuchten. Und da gehen wir hier direkt durch so einen schmalen Gang und kommen dann hier in so einen Raum rein. Ja, einfach gerade aus dem Flur durch. Und ganz hinten ist dann schon der 3D-Drucker. Eine Menge Loot auch dabei. Also geht hier auf jeden Fall hin. Lohnt sich. Keine Gegner in der Nähe. Sonst auch nichts. Das haben wir jetzt hier des Druckerharz bekommen. Und hier ist dann eben der Drucker, in dem wir uns schöne Sachen drucken können. Rechts daneben ist ein Laptop. Den müssen wir einmal bedienen. Mit R und ähnlichen Tasten könnt ihr dann die verschiedenen Sachen auswählen, die ihr in dem Drucker drucken könnt. Und hier gibt es dann noch ein bisschen Loot. Den sammeln wir ein und wir warten dann, bis der Drucker druckt. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall die Maske zu drucken. Trinkflasche auf jeden Fall. Ich könnte auch noch einen Schlitten drucken. Weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Winter schon einen gewissen Vorteil hat, dass man halt schneller unterwegs ist. Ja, und ansonsten können wir dort noch Pfeile, Bolzen und sowas drucken. Ob das jetzt für euch wichtig ist, ob ihr gerne mit einem Bogen spielt oder nicht, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ja, Freunde, und das war es für den Guide. So schnell findet ihr eigentlich hier den 3D-Drucker, vor allem auch die Trinkflasche. Schaut gerne mal ins nächste Video rein, wenn ihr wissen wollt, wie man die Pistole findet. Und da gehen wir dann gleich rein. Klickt das gerne an, lasst ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns bzw. hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Adios und ciao, ciao.